Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und heute gibt es das Wochenupdate zum Gold- und Silberpreis. Und wie man hier schon sehen kann, auf Tagesbasis im Silber eine sehr schöne lange grüne Kerze. Und ein ausschlaggebender Treiber dafür waren die veröffentlichten Arbeitsmarktdaten seitens der USA um 14.30 Uhr. Worum ging es in diesen Arbeitsmarktdaten? Es ging eben darum, dass der Arbeitsmarktbericht im August enttäuscht hat mit nur 235.000 Arbeitsplätzen. Da muss man eben auch bemerken, da geht es um die Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Und die Erwartungen lagen weit darüber, denn es wurden 750.000 neue Stellen erwartet und im Gegenzug 235.000 neue Stellen wurden eben erschaffen. Und diese Zahlen schließen eben eine baldige Reduzierung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank nahezu aus. Und das war natürlich hier wieder ein Treiber für die Edelmetallmärkte. Und die Schaffung von Arbeitsplätzen verlangsamte sich in den USA im August drastisch, da die Ausbreitung von Covid-19 in den Südstaaten und den großen Küstenstädten zunehmend als Bremse für Neueinstellungen wirkte. Und da kann man es eben hier live sehen, wir haben jetzt ca. 16,41. Der Silberpreis, notiert, stand jetzt an einem Niveau bei 24,68 US-Dollar. Und wir stehen hier kurz und knapp unterhalb der roten 50er EMA. Und ich möchte nur noch mal kurz auf dem 30-Minuten-Chart euch zeigen. Hier Punkt 14.30 Uhr, wo eben die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, kam hier ein Schuss nach oben. Bis auf ein Niveau in einer halben Stunde von 34,35 und ganz aktuell, wie eben erwähnt, notiert der Silberpreis bei 24,67 US-Dollar. Natürlich, diese Beflügelung für den Edelmetallmarkt geht hoffentlich noch bis überhalb der roten 50er EMA. Denn falls wir diese hinter uns lassen, würde eben diese auch als Unterstützung und nicht mehr als Widerstand dienen. Vielleicht wird diese noch mal nach unten dann getestet. Aber im Großen und Ganzen sieht es hier sehr positiv aus. Denn auch im MACD, wie ihr hier unten zu sehen, laufen wir gerade eben das letzte Hoch vom 15.07. hier an. Und dieser Trend nach oben wird weiterhin fortgesetzt. Die grüne Linie ist sogar noch etwas steiler geworden wie noch am Vortag. Und das deutet in Summa Summaro eben auf einen weiter laufenden Aufwärtstrend hin. Auch im RSI hier oben, da muss ich kurz mal beide hier nach unten ziehen, war es endlich heute soweit. Die grüne Widerstandslinie wurde durchbrochen durch diese Beflügelung der Arbeitsmarktdaten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Durchbruch jetzt als Signal für weitere Käufer im Markt hier gedient hat. Und wir stehen ganz aktuell, muss ich kurz mal rüberschauen, 3,3% zum Vortag im Plus im Silberpreis. Und wie gesagt, wenn wir hier im Relative Stärkeindex die Range noch ausnutzen, von einem Niveaustand jetzt bei 55 Punkten bis hoch zur grünen Linie, das sind eben diese 70 Punkte. Und diese Range eben auf den Chart nach unten projiziert, kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht heute sogar noch die 50er EMA rausnehmen. Und möglicherweise im besten Fall noch die 200er gelbe EMA hier testen. Und es wird auf jeden Fall sehr spannend, inwieweit sich heute noch der weitere Handelsverlauf entwickelt. Und speziell zum RSI möchte ich mal nochmal kurz erwähnen, für diejenigen, die es eben nicht wissen, der Relative Stärkeindex deutet eben auf die Stärke im Markt hin. Und da haben wir eben oben einmal die grüne Linie, die ist auf einem Wert von 70. Alles was darüber ist, deutet eben auf eine sehr extreme überkaufte Situation hin. Und die rote Linie hier unten deutet eben alles darunter auf eine sehr extreme überverkaufte Situation. Und wie man hier eben schon sehen kann, solange wir uns in dieser Range befinden, je nachdem in der oberen Hälfte, wird es eben so, wenn wir hier nach oben weiterlaufen, würden sich natürlich immer mehr Käufer im Markt finden. Denn solche Signale, wie dieser Durchbruch hier, zieht bestimmt den einen oder anderen an, der eben aus der Stärke im Silbermarkt auch profitieren möchte. Und das ist dann wie eine Kettenreaktion. Dann kommen wahrscheinlich immer mehr Käufer, vielleicht auch nur kurzfristig in den Markt. Aber wir stehen mittlerweile drüber und dann stehen die Vorzeichen sehr gut für den Silberpreis. Und dann möchte ich gleich auf den Goldpreis rüber gehen. Und zwar im Goldpreis war es fast genauso wie im Silberpreis. Der Goldpreis notiert jetzt zum Vortag auf einem Plus von 1,14 Prozent und zwar bei 1.830 US-Dollar. Der Goldpreis hat hier den Widerstand nach den Arbeitsmarktdaten ohne Probleme hier durchbrochen und testet soeben den nächsten Widerstand an den beiden letzten Zwischenhochs hier auf einem Niveau von 1.334 US-Dollar. Sollte es dem Goldpreis auch gelingen, diesen nach oben rauszunehmen, könnte ich mir gut vorstellen, rein technisch gesehen, dass wir im selben Atemzug dann gleich die berühmt-berüchtigten 1.860 US-Dollar hier weiter anlaufen. Denn im MACD hier unten, wie auch im Silberpreis vorher gezeigt, dieser deutet im Goldpreis alles andere als eine Trendumkehr an. Im Gegenteil, diese Andeutung der Weiterführung des Aufwärtstrends ist hier weiterhin gegeben. Die Linie ist auch noch etwas steiler wie zum Vortag und wenn sich dieses eben hier weiter fortführt, können wir das auf dem Chart übertragen so verstehen, dass wir eben natürlich vielleicht mit ein paar Rücksetzern kurz doch den Trend weiter nach oben fortsetzen werden. Denn auch im RSI wurde im Gold diese rote Widerstandslinie überschritten und diese hat eben markiert die letzten beiden Abpraller und da konnte man schon rauslesen, rein technisch, inwieweit diese als Widerstandszone gedient hat. Jetzt haben wir sie überschritten. Wir haben hier ein Niveau ganz aktuell von 62 und wenn wir eben die 70 hier weiter anlaufen, haben wir noch eine Range von 8 Punkten und das als Basis mit dem MACD hier unten würden wir auf jeden Fall diese 1860 hier noch anlaufen können. Vielleicht auch erst nächste Woche. Warten wir eben noch ab, wie sich der heutige Handelstag noch im Goldpreis entwickelt und dementsprechend gehen wir da im Goldpreis nochmal auf die Woche. Da sehen wir es auch ganz klar. In der Woche zeigt sogar der MACD hier ein kleines Bullish Crossover hier an und zwar die gelbe Linie hat die blaue Signallinie von unten nach oben durchbrochen und im RSI hier oben sehen wir auch einen Trend nach oben. Auf Woche haben wir eben noch eine Range von knapp 16 Punkten bis zur grün überkauften Linie und dementsprechend haben wir hier noch eine sehr schöne Range, die eben die Käufer wahrscheinlich auch ausnutzen werden. Dann würde ich sagen, soll es es gewesen sein. Ich würde mich wie immer freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Michi.